Musik So und damit jetzt willkommen wieder zu einer Runde Multiplayer- äh Rainbow Six Siege Noch 2016 Ich wollte heute, ich wollte eigentlich zu Sylvester jetzt gar kein Video bringen Aber ich denke mal komm Jetzt muss ich, jetzt will ich irgendwas machen Was heuer noch rauskommt Das letzte Video 2016 Ganz einfach Ich werde es ganz einfach machen Ich werde es gar nicht groß schneiden Ich hau das nur in mein Schnittprogramm rein Damit ich es exportieren kann mit einer Tonspur und normalen Spur Und dann lade ich es gleich hoch Also sonst schaffe ich es heute nicht mehr, weil wir später noch wegfahren Es ist jetzt kurz vor 6 Also in 6 Stunden geht es los Und ich würde sagen Wer es sich heute noch anschaut Wir sehen uns nächstes Jahr wieder Und natürlich einen guten Rutsch Also wir sehen uns nächstes Jahr wieder unten Sagen wir es gleich so Und wer es sich morgen anschaut Im neuen Jahr Also 2017 Sag ich gleich Ihr seid hoffentlich gut rüber gekommen Habt euch hoffentlich Gute und realistische Vorsätze gesetzt Man muss schon realistisch bleiben Was Vorsätze und so angeht Und ich lade mal wieder mega lang Weil ich aufnehme Mensch Ähm Okay Nicht wundern, wenn sich der Ton etwas seltsam anhört Denn ich spiele halt doch mit Surround Und dann Finde ich hört sich der Ton leicht blechernd an Aber Sonst höre ich nicht aus welcher Richtung die Leute kommen Aber ich hoffe es ist nicht so schlimm Ich finde es am schlimmsten ist Wenn man erst ohne Surround spielt Und dann mit Surround Weil dann hört man den Unterschied Wenn man es nämlich so macht wie ich jetzt Dass ich Surround schon anhabe Und während ich starte Finde ich das ganz Ist es nur in Ordnung Sag ich jetzt Einfach so Genau Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Ähm Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Genau Ich irgendwas Okay Unzerstörbare Fernseher Das ist ja immer geil Das sollten sie echt mal erfinden Ähm Ja Was soll man schon zu Silvestre sagen Man feiert, man geht feiern Man trifft sich mit Freunden Mit Bekannten Mit der Familie vielleicht sogar auch Oder eigentlich sollte man das ja eigentlich als erstes erwähnen Ach Leute Ich muss das Spiel mit glatten Ticken lauter machen So Wieso habe ich jetzt eigentlich bloß 25 Frames? Arschlecken Junge Ich lade nach Ich schieße nicht auf deinen Schild Das sind bloß noch die zwei Einer ist Nee Wuhuhuhu Headshot Wuhuhuhu Leck mich am Arsch du Heil mich, heil mich Junge Ich kann jetzt nicht viel sagen Außer dass er mich heilen könnte Sollte Perfekt, passt Alles gut, wir haben gewonnen Passt, äh geil Multiplayer erste Runde Zwei Kills Kingen ja schon mal super los Würde ich sagen Ja dann ist es eigentlich gemacht Er hat es hinter ihm geschafft Ah ok Würde ich sagen Läuft Multiplayer wieder richtig Ich hoffe sogar Dass ich das Video heuer noch bringen Wie man es so schön sagen kann Aber eigentlich Wie schon gesagt Sollte ich es heute schaffen Mir fällt gerade kein Thema ein Über was ich plaudern könnte Außer Silvester Stimmt, da habe ich angefangen gehabt Da habe ich eventuell Ich habe es nicht so mit dem Thema Themen, mit dem Reden Manchmal muss ich auch sagen Bin ich nicht so ganz zufrieden Mit den Sachen, die ich hier überhaupt labere Aber meistens lasse ich es dann trotzdem drin Außer es wird zu privat Dann Mach es meistens wieder weg Oder schnallt es raus Oder Veröffentlich gar nicht das Video Das fällt ja Ich mache ja gar keine Projekte zur Zeit Weil ich dafür einfach nicht die Zeit habe Ich weiß nicht, ob ich irgendwann wieder Zeit Für direkte Projekte Minecraft Projekte Oder was weiß ich Finden sollte Aber momentan bleibe ich nur bei diesen Mal eine Aufnahme, mal nicht Oder so Ding Da kann ich ein bisschen Sag ich mal Mich anpassen Oder nicht anpassen Da kann ich ein Video bringen Wann ich will Und wenn ich mal wirklich keine Zeit habe Zu auch ein Video bringen Dann ist es jetzt auch nicht groß Schlimm Also Ich meine bei einem Projekt könnte ich nachvollziehen Du willst halt irgendwie doch die nächste Folge sehen Oder irgendwie so ein Kack Auf jeden Fall Dann reden wir weiter über Silvester Heute In 6 Stunden Neubeginn eines neuen Jahres Hoffentlich habt ihr eine schöne Zeit 2016 gehabt Schöner als bei mir Mehr oder weniger Ich sage jetzt nicht warum ich das Jahr jetzt nicht so geil fand Aber Hoffentlich habt ihr trotzdem Trotzdem soweit Ne schöne Zeit Wird natürlich immer schöner Ich dachte gerade da steht einer Ich lade nach Ich kenne mich Ich kenne mich auf der Map noch null aus Das ist natürlich auch mies Das war gleich im Nebenraum Oder über mir Oder über mir Oder über mir Und zwar über mir Ne, im Trepp noch ein Ich reg' gerade Das ist nicht wundern Wenn du mich überhaupt hörst Keine Ahnung Ich kenne das Haushalt einfach nicht Ich muss deswegen sau vorsichtig vorangehen Ah nö Ich erschießen sollen Hä? Als ob das so eine tiefe Ecke ist Ach nö Ach nö Ah Egal ich rede jetzt Mal nur noch ganz kurz über Silvester Ne, eigentlich hab ich doch alles erwähnt mit Gut, gut Sonst kann sich schon irgendwas vornehmen fürs Neujahr Muss ich ja nichts Vielleicht auch was realistisches Und nicht total Übertrieben und so ein Zeug, ne Schau, das haben wir leider verloren Angreifen war nicht so unser Ich kenne die Map auch null Das ist eine der neuen Maps Kenn ich einfach nicht Die hat er echt mit einem Ecken auch rausgekriegt Geil Ja Was kann man noch groß dazu sagen Könnt's ja auf 2016 zurückschauen Was ihr gut gemacht habt Was ihr verbessern könnt So Sachen halt Würde ich sagen Silvester Feiern Böllern Keinen Verletzen würde ich empfehlen Wenn ihr dieses Video noch schaut Da hab ich schon einige schlimme Fälle Auch in der Familie erlebt Was das mit Böllern Angeht Was da schon passiert ist So Die Bomben schützen Ah, Gott Ah, da bin ich vorher rein, oder? Ja, doch, doch Natürlich Hier mit diesem Loch Die Knarre ist so behindert Mit der kannst du eigentlich nicht ballern Ganz im Ernst Das geht einfach nicht Wo ist die scheiße Kameramann? Scheiß Drohne Scheiß Ding Dreck Das ist gut, ihr macht soweit alles zu Das ist nie verkehrt im Raum eine Kamera zu haben Das sag ich jetzt aber noch Das kann man noch zu machen Alles noch zu Ja, ich glaube ich hab soweit alles gesagt Wird dazu jetzt auch nicht mehr mehr sagen Ich mein, gut, das ist ja alles jetzt dann verrum Das ist auch irgendwie komisch, um zu sagen Zuernden, wir sehen uns nächstes Jahr wieder Jo Soll ich, dass ich die, dass wir die Runde wenigstens wieder gewinnen Oh, geil Oh, geil Oh, hier wieder ein Schild Oh, hier wieder ein Schild Oh, hier wieder ein Schild Wir werden ein Schild hinsetzen Das sind wir gar nicht im Erdgeschoss Oder was? Ich dachte nicht, wir sind im Erdgeschoss Oder bin ich doch vorher rein Kriegt man mal die Kameras alle aus Jo, 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 draußen sind alle Kameras kaputt Keiner im Haus soweit Doch, sind schon im Haus Okay, leider, ich hab kein Knie im Haus sowieso noch nicht Jetzt wird's spannend Oh, da Oh, da Wichser, Mann Alter, du dumme Fotze Wieso kommst denn du rein, wenn ich die falsche Waffe drin hab, Mann? Alter, da hab ich das gefressen Komm, 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 nein Alter, nice Ich sterbe alles, Hilfe Was ist denn das jetzt geschafft? Okay, keine Wiederholung des Rundenendes, ist okay Ist okay, du Brauchen wir nicht Ich mag die Map nicht Nehmen wir mal Schild Schild hab ich schon lange nicht mehr Brauchen wir irgendwelche Herausforderungen oder so Gucken wir mal nach Irgendwas deutsches Kann ich nicht machen Will ich nicht machen Eigentlich Das verstehe ich nicht Ach, ich bin's FBI bin ich ja auch da Hab ich ja gar nicht gemacht Passt Passt schon, alles gut Genau, machen wir mal einen Blitz Mal schauen, ob ich den Blitz auch irgendwie benutze Das lädt es erstmal wieder Wenn man die Map nicht kennt, dann geh ich lieber vorsichtig ran Und am besten mit einem Schild Dann hast du wenigstens ein bisschen Deckung, wenn du nicht mal falsche Bewegung machst Gut, wenn nicht von hinten dann plötzlich einer kommt Wie, Achtung, eure Drohreben an Hab' ja auch nicht viele Chancen Oh, trotzdem So, Bomben wieder Eisebombe kacke Oh, nö, nicht mute Du Horen so, dann geh ich mir an die ein paar Punkte Egal Da, nö, n Nochmal Nein, nicht mehr bestanden Aber es sind eh alle gespottet worden, komm, komm Der wird uns nicht mehr aufmachen Zehn Sekunden Hm, da ist Jäger durchgelaufen Fünf Sekunden Komm, fahr rein Iiiiiiiiih Jaaa, Punkte Giss mir mo So, irgendwo, da, da ist keine Kamera Ich weiß doch nicht, wo die ganzen Scheiß Kameras sind, Mann So, nö, kacke, ey Da ist ne Kamera gewesen Erstgestatt? Ja, erstgeschoss Ja, erstgeschoss Habe ich gerade echt erstgeschoss Ich glaub schon Hm Wo geh mir da jetzt rein? Ich will ne durch in die Tür auf jeden Fall reingehen Sonst bringt mir das ganze Schild nämlich nichts Fenster ist kacke Ja hier Nein, das wollte ich gar nicht Egal Sprengladung wird eingesetzt Buh Buh, schau mal, glaubt Genau Genau Was ist denn jetzt? Lol Alter, hör doch mal auf, Mann Hä? Okay, ich mein, ich hab jetzt überhaupt nichts gemacht Ist das schon wieder vorbei? Nö Er dauert direkt lang das Video dann 15 Minuten Krieg ich das heute nicht Ich lade es hoch Nein, doch, wir haben gewonnen Passt 15 Minuten kann ich noch ein bisschen runterschneiden Kriegen wir vielleicht noch auf so Ja 14,5 Minuten könnte ich es runterschneiden Vielleicht Dann lade ich es gleich hoch Dann kommt es heute noch Leute Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr Hoffe Auf einen guten Start ins nächste Jahr Ja Und was sollen wir noch mehr dazu sagen? Leute Wir sehen uns nächstes Jahr wieder Bis dann Hauderen Ciao